... auf Ihren Laufsteg, sondern auf Ihren Laufsteg, auf die Matten. Meine Damen und Herren, hier sind Dacros aus Dorsberg. Herzlich Willkommen! Ganz kurz an die Technik. Wir müssen noch einmal von ganz vorne starten, ohne der Opening-Fanfahre. Gleich dort, wo die Musik gestartet hat, denn die steigen ein mit dem ersten Takt und unser DJ ist eingestiegen beim zweiten Takt. Und dann können die nicht beginnen. Bianca ist grandig. Bianca hat gesagt, so geht das gar nicht. Pass auf, die schimpft er mir jetzt da hinten im DJ. Ich bin nicht schuld. Bianca, bitte einmal. Wir haben da einen zu sagen und den spüren wir jetzt, oder? Geht schon. Daniel, jetzt die Bianca bei dir, da kann nichts mehr schief gehen. Das sag ich dir ja. Die Frauen müssen ran, oder? Das sag ich dir ja. Okay. Applaus 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 Musik 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 So, dann klatschen wir mal alle mit. Kommt's ab jetzt! Musik Musik Wer nicht mitklatscht, tanzt gerne mit! Musik 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 Applaus 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 Meine Damen und Herren, jeden Applaus, der wir spenden, der ist zu leise, ihr gebt euch einmal wirklich einen ganz stimmigen Applaus, Applaus! Applaus Applaus Ihr seid sensationell, das muss ich einmal sagen, man kann gar nicht hinschauen, und mir ist aufgefallen, zu letztem Jahr, es gibt Verstärkung, da ist ein neuer Herr in dir, komm einmal zu mir, erst einmal, warum hast du dich entschieden, dass du hier dabei bist, bei den Akrobaten? Ich weiß nicht, was es gefällt Von wo kommst du? Raps Was Raps? Hast du gesagt, du machst mich? Wie sind die Damen, sind die nett zu dir? Ja Was jetzt, du verzeihst das Gesicht und sagst ja, also, freundlich, lieb oder? Meistens sind es lieb Ganz lieb Du hast dir eine junge Dame ausgesucht, wer ist so quasi deine Partnerin, wer ist das? Warum? Weil es gut ist Deine Freunde? Nein Okay Ich möchte, dass ihr noch einmal auch so eine Geschichte sagt Ich habe euch so genau auf die Beine, auf die Hände geschaut, einen Aufstieg oder was da alles gehabt habt Pass auf, aber nicht, dass da irgendwas passiert, gell? Pass auf Langsam, schaut euch das einmal an Hey, hoppa Meine Damen und Herren, Sie sehen Ein junger Mann, der neu eingestiegen ist, der Herr da hinten ist schon ein älterer Mann Der ist schon, wie lange bist du dabei? Acht Jahre und er Halt die Herren in der Höhe so quasi, oder er ist der einzige im Korb gewesen, jetzt gibt es einen zweiten und ich finde das super Wenn junge Burschen Interesse haben, hat die Bianca schon gesagt, sind sie herzlich willkommen Und bitte vormerken noch einmal, wie heißt die Homepage von euch? Sportakrobatik-Truppersberg.com Einmal drauf schauen, da steht alles, da steht alles Stimmt's nicht? Stimmt's nicht? Da steht alles, ach so, weil die Chefin hat's nicht gewusst, wann's das sagt, ja? Ich hab's eh gemerkt Was mich auch noch so fasziniert ist, egal was da passiert, die haben schon oben fünf Leute stehen und die unten steht noch immer so Obwohl ihr der Schweiß overrinnt Wahnsinn, ihr seid wirklich ganz ganz tüchtig und wir sind stolz, dass ihr so echte Waldviertler seid, so aus dem Bezirk weit oben an der Tei Meine Damen und Herren, so einen Waldviertler Applaus hätte ich gern Da Kross! Applaus Vielen herzlichen Dank! So, wir schauen auf! Vielen Dank.